hallo leute und herzlich willkommen zurück zu seven days to die der schmutzdaun sucht sich immer noch mais und ja ja wir wollten uns hier ein bisschen umsehen du hast ja da hinten was gesehen und du brauchst das essen ich brauchte essen ja mais vor allem ich lege einen kaktus und so was ich bin die ganze zeit und ich gebe dir da mal die hälfte von meinem essen rein so weiß du schön weiß lauf lauf ins wasser ins wasser lauf 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 hilfe ich hatte nicht getriggert liefen ja laun es gibt wölfe und wölfe sind mega mies und mega nervig nein jetzt regnet ich hab dich gleich wolf er kann ich im wasser laufen so gut vorbei jetzt sehe ich nichts mehr jetzt wollte ich ja nicht vorher die stadt zeigen ach komm ich treffte nicht das ist echt im wasser zu schießen der wolf geht unter ich hab ihn gekillt essen das war ein kaktus So viel Glück muss man erst mal haben. War das ein Zombie? Ja. Das sieht aus. Ich dachte schon was ist denn das? Ich dachte das wäre irgendwie die Leiche die auf dem Wasser schwebt. Nein. Der lebt noch. Alle drauf. Ich durchsuche ihn. Okay noch Sachen zum Verkaufen. Was machst du denn da für Geräusche? Keine Ahnung. Ja. Vielleicht sollte ich dir eigentlich die Straße zeigen. Kann ich aber jetzt nicht mehr. Warum? Du guckst so ein bisschen wenn du am Strand vorbeiguckst. Die führt halt bis nach hinten. Und da ist dann halt dann statt. Dann lass uns mal ganz viele Kakteen anbauen. Ich hab schon fast... Boah ey ich bin gleich hier auf. Ich geh gleich auf die tausend Pflanzenfasern zu. Ja ne es geht ja um die Pflanz. Ach die Pflanz und die Früchte. Die Jucca. Genau Jucca. Die kannst du ja so essen. Die war ja das. Hast du doch eben gegessen oder nicht? Ja ne ne ne. Ich frag ob wir vielleicht was anderes noch machen können. Achso. Achso. Ich glaub nicht groß nö. Also aktuell nicht außer Mais suchen. Meis. 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 Mir ist kalt. Ach du. Wo bist du? Ich habe nichts mehr zum anziehen. Ah. Mir ist kalt. Dann lass uns beeilen. So ein bisschen zickzack zurücklaufen. Warte wo ist die Höhe? Lenden ist Fleisch. 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 Weiß wo. Was ist ein Vogel? Guck mal da hinten. Boah ich hab den getroffen von hier aus. Vielleicht nicht. Warte. Noch höher glaub. Nee. Tiefer vielleicht. Nee. Auch noch nicht. Wie hoch musst du zielen? Ich ziele einiges drüber. Joa getroffen. Ja geil. Uh fu fu. Fest mal. Willst du? Ja. Ja. Ich hole ihn ja. Und dann hole ich während dessen hier noch weiter. Oh bleib. Das waren jetzt noch mal sieben Fleisch. Boah. Ach genau. Dann lass mal schnell wenn du soweit bist zurück gehen die Sachen für den Händler und dann zum Händler gehen. Okay. Hoffentlich ist es bis dahin der Regen weg. Ja. Wenn wir Stor sprinten ich weiß nicht ob das wärmer gibt. Bei mir sagt die Anzeige immer noch 6 Grad. Also naja. Warum das für ne Buhle? Ach boah mir ist ja auch kalt. Dann geh meine Heizung hoch. Ach weißt du was? Weißt du was? Hm? Ich bin jetzt so. Ich bin jetzt so. Ich bin jetzt mal so faul. Und. Und regel meine Heizung. Von meinem. Von meinem Tisch her. Und zwar. Haben wir. Bluetooth gesteuerte Heizungen. Oh man. Ich muss mich aufstehen. Ich geh jetzt in meine App und tu die einstellen. Hihihi. Ey warte mal. Probier mal was aus. Ich glaub ich glaub hier ist ein Feld was wir nutzen können. Feld? Oh nein ich glaub's nicht hier. Wir können anpflanzen. Ich markiere uns ein Feld. Dann brauchen wir noch keine dünne. Was ist ein Feld? Da können wir anpflanzen. Kannst du mal. Ich nehm ein Zelt dafür. Feld. Zelt. Ist dasselbe. Ähm. Du. 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 Du darfst es nicht verfügen. Habe ich doch schon. Hab ich doch schon. Fuck. Hm. Ich komm ich da hoch. Ach so. Pfff. Mal da. Und das ist ein Feld. Lass ich jetzt ein Feld. Ich glaub platzier hier mal gerade. Ja das ein Feld ist. Ja. Oh lol. Oh lol. Ja wir sind gerettet. Achtung. Kölk. Ich bin ein Farmer. Na ok lass mehr. Ich bin geboren auf dem Land. Gehen wir her so lang. Das ist ein komischer Briefkasten. Ja. Wohnt denn jemand vor Hause? Kann ich aus dem Fleisch? Samen? Ne ich pass. Kennst du nicht die Fleischbäume? Ja. Ja. Ah. Aha. Du kommst hier nicht hoch. Aha. Oh jetzt kommst du glaub ich hoch. Oh ist das umgefallen. Nein bleib lieben. Bleib. Sit down. Uh. Oh. Max. Max du. Hä? Warte. Äh. Ja da ist jemand drin. Ja da ist jemand drin. Lass mal durchschlagen. Komm. Grundsicht bestimmt. Magst du ein äh. Hm? Oh ich hab ihn getroffen. Magst du ein äh. Ein Skirt haben? Was heißt Skirt? Ein Rock. Achso. Magst du ein Rock haben? Ich hab zwei Leute bekommen. Den können wir verkaufen. Kann man blucken. Wieso schlagen wir uns nicht daneben durch? Guck mal. Oh. Das ist mal früher. Oh man. Achso. Da kommen zwei. Achtung hinter dir. Äh. Kleine Horde. Lass mich mal alle holen. Oh. Oh. Komm schon. Au. Hilfe. Hilfe. Äh. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Achso. Du hast gestandt. Scheiße. Oh. Ich bin infiziert. Oh Mist. Ja. Wir haben Antibiotika. Das macht nichts. Oh. Willkommen bei Zombies. Oh. Ich hoffe heute wird das sogar schwer mit äh. Aber wir haben grad ziemlich Glück gehabt. Ja. Entschuldigung. Äh. Achtung. Mit Mama. Bam. Weiß ich leben noch. Brauchst du Hilfe? Bleib liegen. Bleib liegen. Ah. Elf leben. Äh. Komm zurück. Von mir dann. Ich helf dir. Weißt du. Da steht auf. Und bevor er überhaupt aufgestürmt ist haut er schon. Ja beim aufgehen haut er. Wenigstens ein Sandwich. Nicht essen. Ah. Ich dachte du bist was. Nein der ist noch niemand. So. Das war letzt. Guck dir mal den Haufen hier an. Ich hab hier was für dich. Äh. Guck mal hier auf den Boden bei mir. Äh. Da. Ja. Schmerzbein. Dankeschön. Äh benutzen. Ah ja hydrierung geht runter. Jetzt will ich auch. Jetzt will ich aber hier rein. Hallo. Ich bin durstig. Ja. Kannst du mich kurz beschützen? Warte, ich grab mich grad hier rein Komm hier rein in den Außenposten Ok, jetzt kann ich Da wäre ich schon wieder fast gestorben Hoffentlich ja Hopp, da kommt noch einer Ja Warte Ach komm, ich hab die So, jetzt aber Du suchst den Bogen geradeaus Gucke, aber Bis dann Schießt dann komplett nach unten Ok, was ist denn hier schickes drin? Nix, Toilette Industrietoilette sogar Cool, ganz fein Oh, ein Grill Kaffeebohnen Oh, die können wir anpflanzen Ja, was für Zufall Eine Schiene Eine Schiene, falls du Ach, Schiene Ich dachte grad, Zü Hä? Eine Zugschiene, ja, ja Aber komm, die Tür kann auch raus Gibt ein bisschen Eisen Ich guck mal grad nach unserem Feld Das ist jetzt mir grad am wichtigsten Ähm, Schrotflintenteile Oh, unser Feld hat überlebt Schrotflinten, ja ok, cool Ja, dann lass uns mal bei allen kommen Ich geh jetzt schnell zurück Äh, Kaffee noch anpflanzen? Oder haben wir noch Platz? Wir haben noch Platz Wie pflanze ich die an? Äh, muss Kaffee, Bohnen Aus den Kaffeebohnen musst du Samen machen Bei Rezepte Na, Kaffee Samen Ach komm, gib mir noch einen Reifen Ich will noch einen verkaufen Dann haben wir drei verkauft Also Reifenpaare Ja 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 Ach ja Krieg ich keinen Reifen mehr Wirkung speichern Es ist ziemlich außerplanmäßig grad die Folge Ähm, wirst du? Oder wie meinst? Hä? Ja Was meinst du mit Aufnahme? Na, die aktuelle Folge ist ziemlich außerplanmäßig Wieso, wie meinst du? Wir wollten eigentlich zum Händler laufen Achso, ja Ja, gut Dafür haben wir aber die Farben bekommen Was los? Dafür haben wir aber die Farben bekommen Ist für den Anfang mindestens genauso wichtig Oder Wichtiger eigentlich Ja gut Du holst gleich Antibiotika Wenn wir mit zu Hause sind Dann bist du wieder gesund Ich laufe schon mal heim, Sohn Ja, ich komm dir hinterher Ich schließe mich grad an Ich hab übrigens Bäh Ich hab übrigens Jucca Pflanzen gepflanzt Also Samen gesetzt Hast du auch Mais gezogen? Ich hoffe doch Richtig, Mais Alles was ich grad übrig hatte Ja, da geht auch der Regen weg Kann man endlich mal mehr als 2 Meter sehen Richtig Und schön warm jetzt Und 5 Grad auf 30 Grad wieder hoch Ja Ich weiß auch nicht Ich hab so viel Zeugs grad gesammelt Bei dieser Mini Horde Das hat sich richtig gelohnt Ich bin auch ein Level abgewogen 16 Punkte wieder Level 12 Ich bin gleich Level 13 Alter Bin ich Level Level 6 erst Machst du so ein hohes Level und ich nicht? Sag ich nicht Ja gut du Ich glaub du hast ja nicht so viele Zambys gejagt wie ich Das kann sein, ja wenn du die Deswegen immer schön dran bleiben Dann passt das Hm Wenn ich nicht so schnell sterben würde Hm Ja Ääh Antipotika Nicht hier drin So hier alter Müll Da Antipotika Eine Pille reich Ääh Ja eine reich Aber auch nicht mehr so viele Ja aber Also eine haben wir noch Nutzen Ja ich hab gedurst Ist ok Ah da ist sie weg Ja genau Ich hab gehört nach 7 Tagen soll man angeblich sterben Aber keine Ahnung ob das stimmt Cool Cool Wenn du nix machst Und ich hab Hunger Wir haben nur zu wenige Eier Dann ess ich mal ein bisschen Da Die Basis sieht ja schon geil gesichert aus Das sieht ja wie so ein Fortress aus Irgendwann haben wir noch fette Leuchter oben drauf und sowas Oder fette Brandtonnen Ja ja Disco und was weiß ich noch Oder fette Brandtonnen So wie ich hier gerade Wo stelle ich denn die Brandtonne hin Dass sie Stil hat Ah warte mal Da haben wir noch wenig Weißt du die Ecke von den Betten Da haben wir noch wenig ääh Licht Oder draußen Ääh guck mal kennst du die Disco Brandtonne Was ist das denn für Physik eh Ja die sind irgendwie nicht drin Ach komm ich stell die dahin So passt du erstmal Maismehl Gekochter Maiskolben Achso Boah ich mach mal ein wenig Maiskolben Ausnahmsweise mach ich jetzt mal Das leckere Fleisch für mich Das hast du ja vorher immer So ähm So hab ich verschiedene Gestacktes Fleisch So 21 Fleisch Haben wir immer noch Ja haben wir immer noch Unten die Kiste voll Ich schmeiß mal oben das Zeug dann rein Ja ja Achso warte wo hab ich jetzt die Hose hin gepackt In deiner Hose Wo ist die Hose hin? Ach die hab ich unten hin gepackt So na warte Ich muss mit dem Rad auf Feuer Ich muss mit dem Rad auf Feuer So Okay jetzt kannst guck'n So na warte So na warte ich So na warte ich Ups Jetzt hab ich wieder 90 äh Dingens Punkte No fuck Aua Warum kriege ich Schläge Das war die Kiste Worm kriege ich die Kiste Genau Die hat ja nichts gemacht Warte Ich will kurz voran Hääääääh Da pfh So warte sometimes Schnelles Schnelles Agieren hier Jucca-Saft Jucca-Saft kann nicht abkühlen und hydrieren Jaja, aber ich glaube nicht, dass wir das Es gibt dir auch die Ausdauer eines sexuellen Raubtiers Entweder ist das jetzt gewollt, oder What the... was? Uh, gekochter Mais gibt dir sogar Wohlbefinden Zwar nur 0,08, aber Wohlbefinden Toll Mais Was, was, Mais Ich habe vier Gläser trinken gefunden Darf ich noch was, da hab ich noch was Ja, ne, ich bin grad richtig froh darüber, dass wir Ding jetzt gefunden haben Die, ähm... Die Farm Jupp, jupp Geh mal kurz, äh, muss mal kurz ans Feuer Dann tue ich grad das Trinken rein, dann kannst du dir das aufholen Kannst du auf Oh Gott, äh... Ich hab noch Hunger Bisschen So Jetzt werde ich langsam ein bisschen wühlen Wir müssen noch ein bisschen aufnehmen Ne, warte, wie viel fangen haben wir? Wir haben jetzt die vierte Gleich Mit anderen von dem Zock irgendwie, irgendwie Meistens nix zu tun oder Man hat schon alles gemacht Weil ich hab nämlich letztens ARC angefangen Ja Da bin ich eigentlich theoretisch auch schon durch Weil ich hab nix mehr zu spielen, weil Du hast ne gute Anzahl an Dinos Du hast ein gutes Haus Du hast gute Ausrüstung Du stirbst kaum noch Außer es kommen 10 Milliarden Alpharaptoren Ähm... Man hat nix mehr zu tun Diesen Status dann hab ich mal bei 7 days to die Ach 7 days to die Bei ähm... Unturned gekriegt Und dann hab ich angefangen pvp zu zocken Das war geil Ja cool Ich stell... Ich stell die äh... Brandtonne einfach bei uns ins Schlafzimmer Dann können wir uns morgens aufwärten Ja genau Den Arsch reinstecken da Wenns kalt wird Ah jetzt seh ich aus Ja komm mal runter Weißt die Ironie du tust Du tust Du tust die Tonne Die Feuertonne Neb ner Lampe hin Arsch aufwärmen Ja genau genau so Steht eigentlich hier Cold beer here Ja genau das hab ich extra schön da gelassen Das steht Ja gut äh... Wir haben dann Quasi einige neue Fortschritte erreicht Haben die Horde überlebt Und wir sind am Ende einer Folge Ja genau Also von Von Recap meiner Seite Wir haben nicht viel gemacht Außer eine Horde überlebt Ja Und von deiner Seite Recap äh... Ja eigentlich auch nicht viel Wir haben uns Wir haben uns ein Haus hier gebaut Was haben wir gebaut? Uns ein Ein Haus Ein Zuhause Quasi Haben wir es eingenästet Wir haben die erste Horde überlebt Haben dann wieder ein bisschen Pufferzeit Bis die nächste kommt Aber... Ja... Ich glaube so viel brauchen wir jetzt eigentlich nicht aufrüsten Wir können höchstens so... Was wir... Was wir auf die Liste von äh... Was wir noch machen sollten... Machen sollen äh... Ist hier äh... Der Balkon Der hat noch nicht... Und Händler halt Ja gut... Und Händler Der Balkon geht eigentlich Ähm... Aber da kann... Na halt noch mit den Blöcken normalen... Man könnte... Man könnte einen Weg nach oben bauen Aufs Dach Von außen meinst du? Äh... Ja genau Ja... Seht ihr immer... Also in meinem Fall... Äh... Seht mal... Seine Perspektive... Äh... Beziehungsweise eine Playlist zu sein... Äh... Zu seiner Staffel 2... Er hat noch eine Staffel 1 gemacht... Da war ich nicht dabei... Ähm...